So, willkommen in einem Let's Play PvP Together mit Oryx. Hallo! Und wir befinden uns bei den alten Überraumtoren, was wir eben schon hatten und was hoffentlich wieder so wird, wird wieder vor. Das wär super, ja. Schade, als wär's nicht offenbar haben. Haben wir ja hier überhaupt einen Schleicher oder sowas? Vorne steht die eigentlich nicht. Eine Schurkin haben wir ja, die ist Heiler. Hm, doof. Rennt wer zum Pfeiler hin, rennt wer zum Pfeiler hin. Ich will wieder eine Million Schaden machen. Keiner will zum Pfeiler. Ist ja nicht das erste Mal hier. Oh, die sind schon in der Mitte. Ich seh auch schon den ersten Heiler von denen. Ah, da ist wieder Dingens. Falconer-Ding. Er hat mal mit mir zusammengespielt und jetzt geht er auf mich drauf. Mein! Ja, hörst du das? Gemein! Nee, ist okay. So, Omas Sneakluck ist hier. Oh, das war schnell. Was? Im Ernst? Ja. Nein. Kennst du diese Oma-Gang? Ja. Die haben mich mal gejagt. Ich mein die Real-Life-Oma-Gang. So. Nee, kenn ich nicht. Da gab's glaub ich mal bei Switch oder irgendwie sowas. Wo sie Oma-Gang gezeigt haben. Und dann kamen sie halt so zu dritt oder so und meinten da mal zu so nem Jugendlichen, gib mir mal dein Handy. Das hat ja gar keine Kamera-Funktion. Und dann hab ich's weggespitzt. Da ist er wieder. Hallo. Tschüss. Ja, ich stun mal. So. Jemand heilt den noch. Tick heilt da vorne. Ich mag hier mal Tick. Ja. So, wo war das Zeichen überhaupt noch frei? Die Krakke auch. Gott, die heilen hier alle. Nur einer hier. Und die Flamme heilt dann wohl auch, ja. Passt mal ein bisschen auf die Flamme auf, irgendwie. So weit rausgesumpen. Oh oh. Panic Bubble. Aber wir haben auch wieder viele Heile. Oh Mann. Ich hab keine Macht mehr. Was ist da los? Der eine heißt ja Morgenlanze. Ich hab grad was ganz anderes gelesen. Keiner ist bei unserem Pfeiler. Hm. Ich renne hin. Aber du bist der einzige, der Schaden macht. Nein, du tötest mich nicht. Heck. Oder doch. Ich weiß nicht. Kannst, dannst, 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 dann. Danke. Er mag mich so unbedingt töten. Ich hab gar nichts getan. Oh, Flamme. Der ist ja wieder da. Dass sich der Kampf irgendwie hierher verlagert. Vielleicht geh ich mal nen Würfel holen oder so. So. Ja, in der Mitte ist niemand. Ja, das wär doch was zum Würfel holen. War cool. Ah. Geh auf die andere Seite. Oma ist nie kloppt. Ist beim Pfeiler. Du Sonsack. Ich komm mit einem Würfel. Darf ich das noch? Na, Oma? Zehn Sekunden, komm, lauf mir zu. Yay, noch abgegeben. Toll, hattest du ja was gebracht. Ach so, bei mir funktioniert der In-Game-Sound irgendwie nicht. Der ist scheinbar abgestürzt oder so, aber dafür funktioniert der bei Oryx. So, ich bin tot, glaub ich, ja. Ich bin in der Mitte. Ich überlebe das nicht lang. Nein. So, war schön, wenn jetzt jemand anders mal zum Fall kommt. Oh, dann geht's los hier. Ständig klingelt das Telefon. Immer zum Feiler. Ja. Wollt ihr das noch gewinnen? Ja. Wollen wir. Wär schön. Was ist das für eine Frage? So, okay, einer kommt. Wohl ablösen. Gut. So. Oh. Wollt ich gerade heilen. Eine Sekunde zu spät. Da steht keiner bei einem Feiler von uns. Nicht, der hat mich doch eben abgelöst. Ist er wieder weggelaufen? Oh, wir müssten echt wieder den anderen Feiler kriegen, wie beim letzten Mal. So, ja, die machen derbe Scharben hier. Ach, der... ...kippt da einer? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Halt auf mich zu stunnen und es reicht. So. Oh, da ist er schon wieder. Weg, ich hab keine Süßigkeiten. Tschüss. Mag nicht. Oh. Hörte weg. Ja, ich merk das nie, wenn ich keinen Sound hab. Hm. Aber du hast ja oben die, äh, Sekunden, eigentlich. Ja. Wenn ich da hingucken würde. Ich guck immer nach links. Auf die Anzeigen von den Spielern. Und ich guck selten nach rechts oben. Das ist irgendwie ungünstig. Oder ich müsste mir das auf dieselbe Höhe irgendwie layouten. Ja. Oh. Oh. Hier, die Wächter bleibt da. Nein, hier, die Wächter bleibt nicht da. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Dann def ich hier jetzt. Geht doch mal in Ruhe hier. Ach, die haben ja im Felder noch gar nicht. Ah, jetzt haben sie ihn. Naja, wenigstens habe ich schon 10 Medaillen. Nein, hier ist einer. Hier ist einer im Felder. Ja. Ich bin in meiner Angstbubble noch drin. Kommt ja auch keiner mal rrrr. Geh weg. Pfeif spricht in Rätseln. Wer spricht in Rätseln? Pfeif. Kommt ja keiner mal zum Frrrr. Hallo. Oder sowas. Kommt ja auch. Ah, okay. Ja. Okay. Gut. Hallo. Halli hallo. Wir machen grad ne Aufnahme nicht, dass du dich irgendwie erschreckt fühlst oder so. Okay. Aber ich glaube das gewinnen wir nicht mehr, oder? Die haben jetzt schon gewonnen, oder? Ne, die haben noch 8. Dann könnten wir sie versuchen daran hindern ihren Pfeiler überhaupt erst einzunehmen. Könnten ja. Als letztes Dingens. Als letztes Dingens. Versuch. Ja. 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 Ich hab nichts gebracht. Ja. Die haben zu viele Leute noch getötet oder Kugeln geholt. Ah. Ah. Das ist nicht so gelaufen. Letztes Mal. Schade. Ja. Wo ist ein Gundaki? Äh. Zweiter von unten. Ah. Ja. Von uns. Okay. Dann geb ich ihm. Gut. Das war's dann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.